Guten Abend meine Damen und Herren, heute ist der erste Tag vom vierten Lockdown und ich muss sagen, das ist ja noch schlechter organisiert als die davor. Und ich meine, das ist eine Kunst, oder? Das muss echt einmal zusammenbringen. 20 Tage soll er dauern, hat die Bundesregierung gesagt. Aber gut, die hat im Sommer auch gesagt, Corona ist vorbei. Ich meine, wer soll denn dann auch irgendwas glauben? Und ich muss sagen, mir ist so zum Kotzen oder mittlerweile kann ich nicht so viel fressen, wie ich späben möchte. Deswegen habe ich mir Sürströmming kommen lassen. Dankeschön. Das ist ein fermentierter, ätzend stinkender Fisch aus der Dose. Eine Delikatesse in Schweden. Aber man muss dazu sagen, dass man den nicht einmal im Flugzeug mitnehmen darf, weil es so stinkt. Wirklich, wenn sie dich damit erwischen, ja, da bist du dran, da bist du wirklich dran, da stecken sie dich jahrelang hinter schwedische Sardinen. Also Sürströmming ist eher ein bisschen so wie unsere Bundesregierung, nämlich zum Späben. Und es pflegt auch nicht gern mit dem Pöbel. Na ja, 20 Monate hatten die Zeit, um sich irgendwelche sinnvollen, sinnvollen Maßnahmen zu überlegen. Aber, boah, diese Bundesregierung ist einfach... Bäh! Boah, es ist so zum Späben, ich packe es nicht. Was, was haben die gemacht? Die haben sich lieber Beidle Fotos hin und her geschickt. Beidle, 2500... Beidle Fotos. Schau dir mal 2500 Beidle an. Das braucht Zeit. Und wenn diese... Weil diese Beidle wenigstens Eier hätten. Aber nein! Mit dem Laptop sind spazieren gegangen. Spazier gegangen. Wisst du was ich zum Spazier mitnehme? Äpfel und Kekse! Aber die Äpfel und Cookies! Bundesländer haben es lieber gegeneinander aufgehetzt. 86 Erinnerungslücke im U-Ausschuss. Und die haben dich nur festplattengeschreddert. Das ganze Gesundheitssystem. Und das Bildungssystem, das haben sie auch kaputt gemacht. Unsere tollen Minister und Ministerinnen. Die, die, Köstinger. Die Wimt-Sinkerer, sie wissen schon. Das ist die Wintersaison wichtiger als das Leben. Und die Frauenministerin. Die Frauen... Die Frauenministerin. Die, was ich selbst sag, ich bin keine Feministin. Bleh! 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 Boa, ich bin keine Feministin, sagt sie. Na ich weiß nicht, wie viele Femizid in diesem Land. Und dann kürzt sie die Förderungen... Bleh! Für Fra Angel, Bleh! 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 Boah, Ich meine, das ist doch genauso schlüssig besetzt wegen einem Werner Kogler als Sportminister. Der hat auch noch zugeschaut, der Werner Kogler, wie irgendwelche Kinder abgeschoben worden sind. Weil Reisen in fremde Länder, das war während dem Lockdown verboten, aber das Abschieben dorthin, das war erlaubt. Bist du deppert? Klapp zum Lachen, das ist urgrauslich. Okay, geben wir es an. Ich glaube, dem Kickl ist das auch wirklich zu blöd, das Ganze. Ich glaube, der hat genauso... Der Kickl... Ich glaube, der hat auch keinen Bock mehr. Ich glaube, der Kickl... Ich glaube, der will in Wirklichkeit auch austreten aus der Scheiße. Oder warum glaubt ihr, vergiftet der seine ganze Wählerschaft mit irgendeinem Entwurmungsmittel? Aber den hat es jetzt auch erwischt mit Corona. Nein, das ist nicht lustig. Nein, das ist gar nicht lustig. Weil man kann über den Kickl sagen, was man will. Aber er ist auch nur ein Mensch. Und dass der jetzt Corona hat, das ist einfach... Großartig! Allein. Alter, warum denn du Laboratory? Ja, das ist gar nicht lustig. Tausend?! Bist du deppert? Das ist eigentlich gerade. Komm, setz dich hin. Das ist ein Stück vor. Eine Dokterkammer läuft noch gut. Ja, ja. Ja, ja.